Rudi, hörst du mir denn überhaupt zu? Hallo? Ich glaube, du kannst alles tun, natürlich auch das hier, aber ich glaube auch, dass... ...dass du deine Kreativität vielleicht irgendwo in einem festen Job oder etwas Beständigerem nutzen kannst und richtiges Geld verdienst. Entschuldige. Was? Ich bin Rudi. Isabella. Isabella, freut mich. Mich auch. Mom? Was? So lange wie ich denken kann, mache ich aus alltäglichen Klängen einen Rhythmus. Sie ist anders, sie ist hübsch, sie ist klug. Oh, erzähl mir mehr. Jetzt will Hayley, dass wir wieder, wieder zusammenkommen. Erzähl mir weniger. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du weißt, was du willst. Ich finde es heraus. Ich weiß, was ich will. Sag mir, was es ist. Alles okay? Nein, ich habe den Eindruck, alle zerren an mir. Auch meine Mutter. Sind brasilianische Mädchen nicht am schönsten? Äh, ja. Was? 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 Was hast du gesagt? Äh, ich habe nichts gesagt. Nein, ich muss gehen. Jetzt redest du. Einen Moment noch. Nein, wo die... Tut mir leid, lass mich doch ausreden. Warte, kann... Ich weiß nicht, wie ich... Das war gesagt, dat sowas. Natürlicheiß. Tschüss peu, oder? Ich habe...